Dann mal ein bisschen anderes Video. Heute machen wir mal wie so eine Art Vlog kann man nicht sagen, aber so in der Art. Heute mal ein bisschen fahren mit Andreas. Da klautzt er mit seinem Emacs rum. Meiner ist leider schon ein bisschen außer defekt. Es ist noch ein bisschen nass alles und ich habe einen Baum getroffen und habe mir Querlenker Stift ist rausgerissen. Der Querlenker selbst ist auch kaputt. Naja, da ist der Übeltäter der Baum hier volle Möhre dagegen gehämmert. Hier waren die neuen Räder drin. Die Säben Racing hat er jetzt abgemacht. Da kommt er angeföffert. Sind jetzt neues Pioneer MT. Geile Teile für den Emacs echt perfekt. Sieht man so ein bisschen unser Fahrerlager. Das haben wir noch am Start. Meine umgebauten MP 7,5 haben wir hier. Hier haben wir MP9. E natürlich. Und Low C8. Was ist das? 3.0 war? 3.0 Conversion. Man sieht alles noch nakel neu. Wir haben hier noch die Rampe. Das haben wir auch mit. Nur die kleine heute. Da werden wir nachher mal noch ein bisschen hüpfen. Aber wie ich sage, es ist geiles Wetter. Wir haben nicht so viel Zeit. Da wollte ich jetzt nicht alles verplempern mit Videoschnitt und so einem Krams. Ja, haben wir auch noch mit. Wir werden heute vielleicht mal ein paar Sprünge machen für die Jump Challenge. Mal schauen. Ja, so sieht das jetzt aus bei uns hier. Wie gesagt, leider hat der Emacs schon ein bisschen gelitten. Aber naja. Passiert, ne? Jetzt werde ich mal hier die Kirsche fertig machen. Fett machen, ok. Und ja. Mal ein Schlückchen Kaffee. Hübsch. Ein geiles Vorbild, die Kirsche ey. Ja, naja. Wir werden jetzt mal die Buggys gleich fertig machen. Und dann werden wir mal ein paar Sprünge machen. Mal gucken. Vielleicht schalte ich da nochmal ein. Der Aussicht kommt. Der Außein disastrous auf dem Rennen. Schalte ist. Das weiß nicht stay. Das war's für heute. Das ist eine große Herausforderung. so jetzt haben wir da hinten ist unser versuchsaufbau jetzt haben wir wie viel beton 4s lieber weggeknallt ohne defekte außer wie immer ein paar felgen gebrochen bei mir aber da kommen ja bald diese hier mp9 hat seine jungfern fort perfekt überstanden geiles teil wie gesagt wir haben ja jetzt ein bisschen hier für die jump challenge ein bisschen mal geguckt wie weit wir kommen wir haben jetzt ungefähr unser maß jetzt mit auf nassen boden nicht viel anlauffläche haben wir jetzt unser maß und wir halten uns nur zurück wir greifen an wenn es dann ein bisschen weiter ist wir wissen jetzt wie weit wir kommen ungefähr auf nasser fläche mit der kleinen rampe wir haben ja noch eine große ja mal gucken denk mal die 20 meter 20 meter maßband wird da nicht mehr ausreichen aber mal gucken mal gucken mal gucken ja heute mal kurzes video nur so ein kleiner einblick mal was man so macht wenn man gepäsch video kommt oder sonst schnulli und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und ciao